Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, sehe vor mir einen riesengroßen gefüllten Saal, der nicht da sein kann, aber ich sehe Sie jetzt alle zu Hause an Ihrem Bildschirm und Sie können uns ja, ja heute Abend, am Mittwoch werden wir das freischalten, aber Sie können es ja auch viel später sehen, denn es wird ja auch bei YouTube eingestellt. Also ich begrüße Sie zu unserem virtuellen Literatursalon und ich begrüße als unseren Gast Professor Wolfram Elsner, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bremen und Leiter des Bremer Landesinstituts für Wirtschaftsforschung. Er war Gastprofessor in den USA und ist immer noch Gastprofessor in China und er hat ein Buch geschrieben, also das ich Ihnen wirklich nur ganz ans Herz legen kann. Wir wollen heute darüber reden, inwieweit diese neue Nummer 1 denn anders ist, was das für ein Land ist und auch was es für uns vielleicht für eine Bedeutung haben könnte, über dieses Land mehr zu wissen. Lieber Professor Elsner, da würde ich Sie erstmal bitten, eine Kleinigkeit aus dem Buch vorzulesen, denn das Buch ist, muss ich Ihnen sagen, auch sehr gut geschrieben, sehr knapp und sprachkräftig formuliert. Ja, danke für die Einladung. Und ich folge dem Hinweis meiner Gastgeberin, was ich denn rauspicken sollte und habe im Zug nochmal gelesen, ja gut, das kann man machen. Also, Hintergrund ist, ich habe eine lange Geschichte mit mir selbst als Vertreter einer bestimmten Generation, die nach 68 erst mal auf China ganz weit weggeschoben hat. Also eine Generation, die China weit weggeschoben hat, auch weil man hier in Deutschland Erfahrungen mit den sogenannten Maoisten hatte und die waren für mich zumindest eher abtönt. Und dann geschah so viel Geschichte, Geschichte, Geschichte und immer wieder rückte China ein Stück näher in meinem Hinterkopf und immer wieder drückte ich es weg. Irgendwann ging das nicht mehr. Und irgendwann kamen die ersten Kontakte zu Chinesen, Kollegen, die nach Europa kamen, berühmte Leute, denen ich dumme Fragen gestellt habe am Anfang, dürfen sie denn ihre Regierung kritisieren? Und der hat wahrscheinlich gedacht, was für ein Barbar, der hat keine Ahnung von China. Hat aber dann freundlich gelächelt, ja natürlich darf ich meine Regierung kritisieren. Und dann habe ich gesagt, ja und am nächsten Tag sind sie im Knast oder wie, nein, am nächsten Tag sitze ich auf Einladung meiner Regierung und berate sie zur Finanzmarktreform. Aha, okay, so dann ging das mit dem Denken los. Das Ende vom Lied im Jahr 2014, ich hatte selber schon chinesische Doktorandinnen, Doktoranden und Mitarbeiter, war dann meine erste eigene Reise nach China und von da ab kontinuierlich mehrfach im Jahr entwickelte sich eine berufliche Kooperation. Wo ich Schulen, Sommerschulen organisierte für chinesische Doktorandinnen und Doktoranden. So, dann sitzt man im Hotel und man sitzt im Flieger hin und zurück und kommt ins Gespräch. Jetzt dieser Text. Gespräche im Flieger auf dem Rückweg von China. So bin ich nun seit einigen Jahren regelmäßig beruflich in China. Ich komme mit beruflich Reisenden im Hotelaufzug oder der Lobby ins Gespräch. Ich erfahre über ihre Kooperationsbeziehungen mit China. Im Flieger zurück nach Hause erfahre ich meistens noch mehr. Man sitzt eben ein paar Stunden nebeneinander und hat mal eine halbe Stunde Zeit zum Reden. Ich frage wieder Löcher in Bäuche und lasse mir aktuelle Erfahrungen und die jeweilige Kooperationsgeschichte erzählen. Und die Erfahrungen ähneln sich. Und das sind auch meine gewesen. Das sind immer noch meine. Man ist meist begeistert über die Offenheit, Lernfreude und Flexibilität der chinesischen Partner, die Kooperationsbereitschaft und ihre Suche nach Win-Win-Situationen. Über die Geschwindigkeit des Wandels und die Leichtigkeit, mit der neue Lösungen gefunden werden. Da wird der deutsche Techniker oder Ingenieur schon mal nachdenklich bis wütend über seine eigene Firmenhierarchie und der Mittelständler über seine eigene Regierung. Beide kommen hier nicht mehr mit. Zitat, jetzt muss ich denen zu Hause die neuen Lösungen erklären, meint der Konzerntechniker und warte wieder Monate auf das Go von oben. Und dann frage ich mich und die anderen, was ist da anders in der tiefen Struktur? Was bedeutet das konkret in der Einstellung, im Handeln, in den Erwartungen und Motivationen der Menschen, dieses andere System? So sind wir dann also beim Systemischen. Die bei uns bekannten vielfältigen Zukunftsängste sind den Chinesen fremd. Eine soziale Sicherheit gepaart mit Erwartungen von Aufstieg, Einkommens- und Wohlstandssteigerung, Anerkennung, Arbeitsrechten und der Zuversicht, dass wenn sich dieser Arbeitsplatz ändert, er auch anders qualifiziert und interessant bleiben und weiterhin mit steigendem Einkommen verbunden sein wird. Andernfalls man eben eine Reihe anderer beruflicher Möglichkeiten hat. Hört sich nicht wirklich nach Diktatur und grauem Sklaventum an. Wir werden dazu noch berichten. Auch chinesisches Wachstum wird natürlich kein unendliches Wachstum sein, weil es unendliches Wachstum auf einem begrenzten Planet nicht geben kann. Aber das Wachstum von Innovationsfähigkeit, Wohlstand und Lebensqualität durch soziale Sicherheit und offene Strukturen, ähnlich wie früher Schwedens Flexicurity, sowie durch ein Mindestmaß an Kollektivität und nationaler, sozialer und öffentlich-regulatorischer Einbettung, könnte sich verstetigen lassen, unabhängig von quantitativem, extensiven und ressourcenverbrauchendem Wachstum. Die Leser dieses Buches werden am Ende diese Aussichten für die neue Nummer 1 besser beurteilen können. Ja, das Buch ist ja schon vor einem Jahr erschienen. Und als ich es damals in der Hand hatte, da habe ich gedacht, oi, die neue Nummer 1, das ist aber eine gewagte Feststellung. Diese, das finde ich jetzt überhaupt nicht mehr. Jetzt pfeifen es ja schon die Spatzen von den Dächern, dass es die neue Nummer 1 ist. Und Leute, von denen man es gar nicht erwartet, die sagen das. Wie sind denn Ihre Erfahrungen, was das Laserecho betrifft? Ja, das ist immer wieder das Thema. Wie kommst du zu dieser steilen These, dass wir da die neue Nummer 1 haben? Ja, das ist ja ein Land, das gerade noch vorgestern in unseren Köpfen eines der ärmsten Entwicklungsländer war und als solches ja auch gestartet ist 1949. Ja, also formal war es so, da muss ich dann als Ökonom argumentieren, seit 2016 ist China die Nummer 1 beim Sozialprodukt. Das Sozialprodukt, das international von der Weltbank und vom internationalen Währungsfonds dann gemessen wird und verglichen wird zwischen den verschiedenen Ländern, wird dann unter anderem nach sogenannter Kaufkraftparität verglichen. Das heißt, man rechnet die Währungen um in einer einheitlichen Einheit und schaut dann nach einem vergleichbaren Warenkorb, was können sich die Menschen in diesem Land für dieses Sozialprodukt kaufen. Und für das Sozialprodukt Chinas können sich die Menschen in China eben seit 2016 am meisten kaufen, also mehr kaufen als vergleichbar die USA, als nächstgrößtes im Moment Sozialprodukt. Was nicht heißt, dass das Gleiche jetzt pro Kopf gilt. Pro Kopf ist China vom Pro-Kopf-Einkommen oder Sozialprodukt pro Kopf immer noch unter ferner liefen und gerade eben erst eigentlich aus dem Bereich, wenn man jetzt nach der Weltbank-Kategorisierung geht, aus dem Bereich der Entwicklungsländer, der ärmeren Entwicklungsländer in den Bereich der Länder mit mittlerem Einkommen aufgestiegen. Der Punkt hier ist aber weder das Sozialprodukt als Menge noch das Sozialprodukt pro Kopf, sondern meine These ist eine qualitative These, dass ich sage, gucken wir ein zweites Mal hin, drittes Mal hin, gehen wir immer tiefer rein, dann stellen wir fest, dass das Land mit einem mittleren Pro-Kopf-Einkommen von jetzt im Jahr 2021 etwa 11.000 Dollar Jahreseinkommen oder 12.000 Dollar Jahreseinkommen pro Nase im Schnitt so viel hebelt in alle Bereiche der Sozialentwicklung, der Technikentwicklung, der ökologischen Entwicklung, der Bildung, der Wissenschaft, der sozialen Mobilisierung, des sozialen Vertrauens und so weiter. Da sind solche Hebelgrößen von relativ wenig Materiellem in große Leistungen und große Fähigkeiten und große Kapazitäten, was das gesellschaftliche Handeln betrifft, die sind eben einmalig. Und da sage ich eigentlich, mich interessiert letztendlich das Sozialprodukt nur in zweiter Linie. Auch in normaler Währungsparität wird China in den nächsten zwei, drei Jahren beschleunigt durch Corona die Nummer eins sein. Aber das interessiert mich in zweiter Linie, in erster Linie ist interessant, was dieses Land daraus macht. Und das ist eben das eigentlich Faszinierende. Das Faszinierende ist ja, hier war ja mal DDR, die DDR ist kaputt gegangen, die Sowjetunion ist auseinandergebrochen, das ganze System von Staaten, die versucht haben, eine gerechte Gesellschaft aufzubauen, ist gescheitert und China wird nach wie vor von einer kommunistischen Partei regiert und es funktioniert. Und man fragt sich, wie funktioniert das? Und da wird, sagt man dann hier, manche Leute sagen, naja, das ist ja in Wirklichkeit keine kommunistische Partei, sondern die haben eine Art ganz heftigen Kapitalismus, aber es ist ja die kommunistische Partei. Wie können Sie das erklären? Ja, und es ist eine kommunistische Partei, die eine der ältesten und erfahrensten der Welt ist und die von allem, was wir hier in Europa zum Teil falsch gemacht haben, zum Teil aber auch die Sowjetunion natürlich unter ganz anderen, viel, viel schlechteren Bedingungen sozusagen existieren und überleben musste gegen einen viel, viel stärkeren Feind, der sie am Ende niederkonkurriert hat. Daraus, aus alledem, aus den schlechten Bedingungen, aus den aber auch Fehlern, die gemacht worden sind im europazentrierten Sozialismusmodell, hat diese Partei gelernt. Ich glaube, je mehr ich mich damit beschäftige, desto faszinierter bin ich. Für mich ist das ja relativ Neuland. Ich habe mich nie als Maoist oder China-Experte verstanden. Das ist für mich ja alles noch relativ neue Dinge, die sich langsam erst sozusagen in den letzten sechs, sieben Jahren setteln und jetzt in den letzten zwei, drei Jahren schreibe ich an Büchern über China und dann verdichtet sich allmählich, was da eigentlich passiert ist und wie sehr diese Partei mit ihren jetzt inzwischen 90 Millionen Mitgliedern gelernt hat und dass sie auch einen Sozialismus aufbaut, der nicht mehr niederkonkurriert werden kann, der weder totgerüstet werden kann, noch finanziell kaputt gemacht werden kann. Das ist eben das, was die Chinesen gelernt haben. Was haben Sie gelernt auf dem Weg, also ich vergleiche jetzt andere Länder, als zum Beispiel Kyrgyzstan oder Tatschikistan, die sind alle gefallen in ein Chaos, die sind in eine Oligarchie gefallen und sind zurückgefallen in feudale Verhältnisse eigentlich, der allerhärtesten Weise und in eine ursprüngliche Akkumulation, die so gewaltsam vor sich geht, dass man nur erschrecken kann. Und was haben die Chinesen anders gemacht, dass sie kein Mehrparteiensystem eingeführt haben, dass sie nicht, aber sie haben ja privatisiert. Was haben sie anders gemacht? Ja, sie haben also erstmal eine ganz große Leidensgeschichte hinter sich und aus dieser Leidensgeschichte eben enorm gelernt. Also sie haben natürlich dieses Jahrhundert der Demütigung hinter sich, also völlig ausgeplündert zu werden vom europäischen und amerikanischen Kolonialismus, dann auch sozusagen sich anbiedern müssen an das dominante kapitalistische Weltsystem und da auch immer noch ausgebeutet werden und als Mülleimer benutzt werden und als Produktionsstätte für die Dreckproduktion, die wir nicht mehr haben wollten. All das haben die Chinesen ja hinter sich. Sie haben auch eine tragische Geschichte, auch noch nach Gründung der Volksrepublik China hinter sich, noch mit dem großen Sprung nach vorn, wo man versucht hat, aus den Fallen des Drucks, des Imperialismus rauszukommen, nochmal eine Hungersnot, eine letzte Hungersnot, nochmal über sich ergehen lassen müssen und so weiter. Aus alledem mit Mühen und hohen Kosten gelernt. Das chinesische Volk hat wirklich eine Leidensgeschichte hinter sich, hat aber auch eben gleichzeitig eine kontinuierliche 5000 Jahre alte Geschichte von Kulturentwicklung, von Hochkultur hinter sich, von der Entwicklung von Philosophie und einem sozialen Vertrauen, was wir niemals vergessen dürfen und nicht unterschätzen dürfen. Ja, das alles haben sie gelernt und sie haben eben gelernt, dass Sozialismus, und wenn es ein Kapitalismus wäre noch zu der Frage, dann wäre es ein ganz mieser Kapitalismus. Ein Kapitalismus, der also überdurchschnittliche Lohnsteigerungen organisiert, der die Profitraten reduziert. Die McKinsey sagt uns ja nun alle paar Wochen mal in den Newslettern, die ich von McKinsey bekomme, dass die chinesischen Profitraten unter dem Weltdurchschnitt liegen, was natürlich die westlichen Spekulanten bedauern und was McKinsey auch bedauert, aber der Hintergrund ist natürlich, dass die Kapitalisten in China nicht machen können, was sie wollen, sondern eingebettet sind, vorsichtig gesagt, und eben auch gezwungen werden, in die Infrastrukturen zu investieren und zum nationalen Entwicklungsweg beizutragen. So, was sie gelernt haben eben, um darauf zurückzukommen, Sozialismus, und das ist Deng Xiaoping, den ich früher für, also sozusagen nicht ansatzweise ernst genommen habe, und gesagt, dieser verrückte Blödmann, Katze, ist egal, welche Farbe die Katze hat oder so, das kam uns westlichen Intellektuellen natürlich sehr schräg vor, so ein blöder Pragmatiker, der hier jetzt die Marktwirtschaft und den Kapitalismus einführt. Nein, der war natürlich viel, viel schlauer, viel klüger, und über Deng Xiaoping habe ich vieles nachgelesen inzwischen und habe allergrößte Hochachtung. Der Punkt ist da gewesen, die Erkenntnis, Sozialismus ist eben kein Armutssystem. Und da nehmen sie eben auch Marx und Marxismus wirklich ernst, indem sie gesagt haben, wir müssen in allererster Linie mal die Produktivkräfte entwickeln. Und das geht eigentlich auch nur darüber, dass wir Märkte haben, schon eine alte Idee von Lenin ja auch, neue ökonomische Politik, dass wir einen Mittelstand aufbauen, teilweise eben auch Reiche zulassen und so weiter. Das alles müssen wir dann im Nachgang in den Griff nehmen, und das haben sie in den Griff genommen, aber es müssen erstmal massiv die Produktivkräfte entwickelt werden. Das ist ihnen deutlich gelungen, und es ist ihnen dabei eben auch gelungen, das nenne ich den Ritt auf der Rasierklinge, deutlich auch gelungen, niemals die Zielrichtung der fortschrittlichen nationalen Entwicklung aus den Augen zu verlieren. Also da hat die chinesische Kommunistische Partei einen Kompass, einen historischen Kompass, der mich persönlich extrem beeindruckt. Ich habe mich nie als Marxisten bezeichnet oder verstanden, aber ich muss sagen, wenn ich Marx gelesen habe, dann sehe ich hier, dass die Dialektik von Produktivkraftentwicklung und Produktionsverhältnissen tatsächlich gelungen ist, was ich vor 10, 15 Jahren vielleicht noch gar nicht gewagt hätte auszusprechen. Wir sind hier, glaube ich, in einem Modell, das eine Hoffnung für die Menschheit bedeutet im Moment. Ja, also ich weiß, wie Sie das gerade sagen, Dialektik, Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse, man muss ja den Zusammenbruch des sozialistischen Versuchs in Europa auch danach beurteilen, dass eben die Produktivkräfte, also die Produktionsverhältnisse, die Produktivkräfte nicht genügend stimuliert haben. Und wir sind eigentlich gescheitert, völlig im Sinne der marxistischen Lehre. So gemein, wie das ist. Ja, kann man sagen. Also die Bedingungen, die Weltbedingungen waren natürlich massiv schlechter, als sie heute für China sind. Und für China und seine Partnerländer, also es sind ja 140 Partnerländer bei der Neuen Seidenstraße, die große strategische Allianz mit Russland ist auch nicht ohne Bedeutung, sondern von sehr, sehr großer Bedeutung. Das alles hatte die Sowjetunion ja nicht. Die Bedingungen waren extrem viel schlechter und der Kapitalismus war viel aggressiver und viel mächtiger. Er hatte unendlich viel Geld und konnte den Sozialismus ökonomisch kaputt machen. Das geht nicht mehr. Das ist so. Aber tatsächlich, wie Sie sagen, es ist sehr, sehr wichtig zu sehen, dass der europazentrierte Sozialismusversuch eben auch gescheitert ist an einem Mangel an Motivation für die Menschen. Wenn ich heute sehe, wie begeistert und selbstverständlich und gelassen und witzig und lächelnd die Chinesen sozusagen ihren Weg gehen. Wenn ich amerikanische Universitätsstudien sehe, die in China seit 30 Jahren Vertrauen erheben und dort sehe, dass das Vertrauen enorm gewachsen ist wieder, gerade auch nach der Korruptionsbekämpfung der 2010er Jahre, Jahre, dass das Vertrauen in die Regierung gewachsen ist, dass die großen Marketinggesellschaften der Welt, die also international das Glücksempfinden der Menschen erheben. In 2020 in Ihrem Report China als das glücklichste Land der Welt bezeichnet. Das ist ja alles für uns unfassbar. Unfassbar. Ja, ja. Ja, unfassbar. Ja, Vertrauen ist ja, wenn ich jetzt sage Vertrauen, wo ist hier noch Vertrauen? Das findet sich ja auch hier schon gar nicht mehr. Bestenfalls bei sehr gläubigen Menschen als Gott vertrauen. Aber ansonsten Vertrauen in den Staat, in Parteien, in das eigene Unternehmen, das ist echt ein Problem. Ja. Es gibt da so ein schönes Zitat bei Ihnen im Buch. China wird nicht vom kapitalistischen Tiger geritten, es reitet den kapitalistischen Tiger. Wie geschieht das konkret? Sie sprachen ja von einem eingebetteten Kapitalismus, den eingebetteten Liberalismus, das habe ich auch bei Andreas Reckwitz gelesen. Kennen Sie das? Nein. Ja, interessant. Also ja, die Frage, wie sich hier der Kapitalismus entwickeln muss und was da passieren wird. Ja gut, aber davon abgesehen, erst mal zu China. Wie passiert das? Wie kann man den kapitalistischen Tiger reiten, ohne dass der beißt? Ja, also in dem Buch ist natürlich alles viel ausführlicher diskutiert, als wir das hier besprechen können. Das Stichwort ist zum Beispiel Märkte. Also ich sage immer wieder in dem Buch auch und zeige das ja auch an vielen Beispielen aus der Wirtschaftspolitik und Industriepolitik und so weiter. Sie haben Märkte, aber sie sind eben als System keine Marktwirtschaft, auch keine sozialistische Marktwirtschaft. Sie sind, am Ende komme ich ja sozusagen nach langer Abprüfung aller möglicher angebotener Alternativen zu dem Ergebnis, dass eigentlich die Chinesen die richtigste Antwort geben. Sie sind in der Anfangsphase von Sozialismus. Nun, wie spielen Sie das, um das mal ein bisschen flapsig zu sagen? Sie spielen das so, dass Sie Märkte haben, mit denen Sie sozusagen sehr flexibel umgehen. Im Kern wird vom Markt verlangt, dass er ein Instrument ist. Genau das, was Adam Smith vor mehr als 200 Jahren 1776 Wealth of Nations als Idee hatte. Märkte sollen Instrumente sein zur Verbesserung der Wohlstandssituation der Menschen. Das ist ja hier im neoliberalen Kapitalismus völlig abhandengekommen. Märkte sind Selbstzweck und sind Ideologie und Religionsersatz und werden laufen gelassen. Und das bedeutet natürlich, der Markt ist, wenn man ihn laufen lässt, ein Instrument, das sich schneller degeneriert, als wir zugucken können. Rucki zucki haben wir Oligopole und Oligarchen und so weiter. Und dann haben wir Multimilliardäre, die die Politik kaufen und Ende der Geschichte. Und in der Situation sind wir jetzt. Und das wird der neoliberale, finanzialisierte Kapitalismus hier nicht mehr in den Griff bekommen. Das ist die eine Prognose, die mir ganz klar zu sein scheint. Dieses System ist an seinem Ende und zerfällt. Während das chinesische System eben in dieser wunderbaren chinesischen Flexibilität im Umgang mit Märkten einerseits reguliert, Rahmenbedingungen schafft, ihr habt das und das zu beachten. Das und das sind unsere Ziele. Da gibt es jetzt den neuesten, den 14. Fünfjahresplan, ein Mobilisierungsinstrument, das große Ziele formuliert. In die Richtung wollen wir. Nicht top-down im Detail vorschreiben, die großen Ideen. Da wollen wir hin. Und das wird dann konkretisiert und diskutiert und sukzessive jedes Jahr nachgebessert und gelernt. Es wird experimentiert in dem Rahmen. Und den Märkten wird vorgegeben, in die Richtung habt ihr zu gehen. Und jetzt probiert mal. Der berühmte chinesische Experimentalismus, der jetzt überall in der Literatur plötzlich auftaucht, wo alte Sinologen plötzlich sagen, ja, das haben wir euch doch schon immer gesagt. Ihr habt uns nicht gelesen. Die Sinologen wussten das. Bei den Sinologen, habe ich gelernt, ist der chinesische Experimentalismus. Mal was ausprobieren, laufen lassen, gucken, lernen, nachbessern und so weiter. Das ist das Prinzip, was wir hier im Prinzip gar nicht mehr können. Leider jedenfalls nicht als staatliches System. So lassen sie eben beispielsweise hunderte von kleinen und mittleren Unternehmen E-Mobilität entwickeln. Ich habe das ausführlich als agile Industriepolitik ja beschrieben. Lassen E-Mobile, dreirädrige, vierrädrige, einsitzige, zweisitzige kleine Dinger zu. Lassen die Mofas, die Fahrräder, die E-Fahrräder und das alles wird gebaut. Erstmal ohne Lizenzen. Da wird experimentiert. Das wird ein paar Jahre lang laufen lassen. Man lernt und lernt und lernt. Auch der Staat lernt. Und irgendwann wird gesagt, so jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir konsolidieren können. Und dann werden die technologischen Standards gesetzt. Bis dahin dürfen die auch nicht auf der Straße fahren, diese Vehikel. Autos kann man gar nicht sagen. Das sind kleine Minilaster für die Bauern und so weiter. So und dann sind plötzlich die Standards da. Also ihr habt die Elektromotoren, ihr habt die Batterien und so weiter so und so zu machen und technische Sicherheit. Und dann plötzlich, und da war ich ja leider 2019 das letzte Mal in China, plötzlich sehe ich die Dinger, die ich bisher sozusagen in der Literatur als Bilder gesehen habe, sehe ich sie in Beijing auf der Straße fahren. mit Nummernschild und jetzt sind sie da. Und ich hatte ein Jahr vorher die tolle Geschichte erlebt, wo ganz China darüber gelacht hat. Die Großen, die haben ja zwölf große Autokonzerne, die alle mit westlichen Autokonzernen sozusagen in Joint Ventures sind, was die westlichen Autokonzerne ja auch wollen und auch gar nicht aufgeben. Jetzt, wo sie es aufgeben könnten, bleiben sie dabei, weil sie inzwischen genauso viel lernen wie umgekehrt. Und die gingen also zur chinesischen Regierung und beschwerten sich in diesem Sommer, wo ich da war. Ich las das in der China Daily und bekam das aber auch sofort von allen Gesprächspartnern erzählt als tolle Story. Und die sagten, ja, aber guckt mal hier, diese ganzen hunderte von kleinen und mittleren Unternehmen, die klauen unsere Patente. Die nutzen unsere Kondensator-Technologie oder unsere Relais-Technologie oder unsere Batterietechnologie. Die chinesische Regierung verhindere das. Und dann kam die Antwort der chinesischen Regierung. Die hat gesagt, wenn die euch Patente klauen, dann redet mit denen. Ja, ihr müsst sozusagen mit denen klarkommen. Das ist nicht unser Thema im Moment. Dann der letzte Satz, das war herrlich. Informationen müssen fließen. Das heißt, das gesamte Patentsystem in China ist auch ein anderes. Das sorgt dafür, dass nicht ein Großkonzern ein Patent aufkaufen kann und wegschließen kann, um sich eine Monopolposition zu sichern, sondern das ist viel, viel reduzierter. Es gibt eine Lizenzpflicht, ja, und es gibt eine zeitliche Begrenzung natürlich für das Patent. Und das war herrlich, nicht? Und das ist genau typisch, wie man eben umgeht damit. Es muss fließen, es muss ein Informationsaustauschprozess da sein, es muss Dynamik da sein. Und in dieser Dynamik kann man über alles miteinander verhandeln, aber keine Monopolposition, ja. Und das ist ja jetzt das aktuelle Beispiel mit Alibaba und diesem Prozess, wo der Börsengang da kurzfristig abgesagt worden ist. Ganz klar, antimonopolistische Politik. Und aber wie geht man mit den Großen um? Also die Großen, Sie haben von Direktiven gesprochen, wo es hingehen soll, die kommen also praktisch von der kommunistischen Partei, oder? Oder, und aber wie schafft man es, dass diese großen Konzerne diesen Direktiven treu sind? Weil sie selber, die Mitarbeiter dort, mit ihrem Herzen dabei sind? Oder welche Hebel gibt es? Die Finanzierung? Also erstmal ist die chinesische Willensbildungsstruktur also eine sehr vielfältige, sage ich mal, eine multidimensionale. Ja, da ist nicht die kommunistische Partei, die natürlich auch ihren Parteikongress hat, jeweils und auch die Großen sozusagen in den Fünfjahresabständen haben, sondern dann gibt es eben den Nationalen Volkskongress, der das dann auch nochmal diskutiert. Und es gibt inzwischen seit ein paar Jahren ja auch die Repräsentation der gesellschaftlichen Interessen Chinas, die auch nochmal mitdiskutiert, die jetzt diese Woche ja auch tagen, parallel zum Volkskongress, der jetzt am Freitag anfängt. Und wo jetzt der 14., unter anderem der 14. Fünfjahresplan diskutiert wird. Also das ist ein multidimensionales System, das ist jetzt sozusagen die nationale Ebene, dazwischen aber nochmal relativ viel Autonomie für die Provinzen, die dasselbe auch nochmal durchnudeln, durchmachen, durchlernen, durchexerzieren. Und die Kommunen auch. Also eine Stadt wie Shanghai ist eigentlich selber nochmal ein großer Apparat, der lernt und experimentiert. Genauso wie mit den Sozialkreditsystemen. Es gibt ja nicht ein Sozialkreditsystem, sondern es gibt 20, 30 Sozialkreditsysteme, gar nicht flächendeckend in ganz China, sondern einzelne Städte machen das, einzelne Provinzen machen das, einzelne Dörfer machen das. Und da ist es ein einziger großer Lern- und Diskussionsprozess. So und genau so wird das, sozusagen ist das auf den regionalen Ebenen ein differenziertes System, wie auch ein System der verschiedenen, der verschiedenen, auf der nationalen Ebene der verschiedenen Akteure, Volkskongress und die gesellschaftlichen Interessenvertretungen bis runter zu den Schekus, also den Wohngebietsgruppen, alle diskutieren. In China wird enorm viel diskutiert und sehr heftig und sehr freundlich und sehr solidarisch auch diskutiert, so wie ich das wahrnehme. Ja, also das ist trotzdem erstaunlich, weil nämlich die Erfahrung hier besagt, wenn es sehr viel Diskussion und sehr viel Gerede gibt, da kommt überhaupt nichts zustande. Es muss ja trotzdem eine, es muss ja trotzdem irgendwie eine Leitung geben, wie man das wieder zusammenfasst. Ja, es ist eben genau diese Dialektik von gehen lassen und konsolidieren und Standards setzen und Entscheidungen treffen. Ein kleines Beispiel mit den Sozialkreditsystemen. Da hat die Regierung 2014 beschlossen, wir müssen was tun an den Verhaltensweisen. Ja, wir müssen sozusagen jetzt endgültig die Phase dieses wilden Ostens, 80er, 90er Jahre, wo wir haben laufen lassen überwiegend, das müssen wir jetzt überwinden. Und was zu ganz schlimmen Verhaltensweisen geführt hat und Kriminalität im Finanzsektor, in diesem informellen Finanzsektor und so weiter, Korruption ohne Ende und so. Und da müssen wir jetzt was dran tun. 2017 hat der damalige Staatspräsident gesagt, wenn wir an der Korruption nicht etwas ändern, dann ist unser System kaputt. Und das wäre wahrscheinlich auch so gewesen. Und seit 2012 in der Ära Xi und Li, also der Ministerpräsident Li, ist da massiv was passiert. Also ich weiß das selber, wie plötzlich die chinesischen Kollegen oder Studentinnen und Studenten und Doktoranden und Doktoranden ankamen und sagten, guck mal, man hat uns endlos lange erzählt, dass an der Korruption etwas gemacht wird. Nie haben wir was gemerkt, haben die älteren Kollegen erzählt. 30 Jahre lang hat man uns das erzählt, wir haben nichts gemerkt. Jetzt merken wir was, jetzt geht es voran mit der Korruptionsbekämpfung. Und daran knüpften dann 2014, knüpfte die Entscheidung der Regierung an, Sozialkreditsysteme experimentell einzuführen. Also Aufruf an die Provinzregierungen, an die Stadtregierungen, versucht mal was. Und dann war damals gesagt worden, 2014, im Jahre 2020, führen wir dann ein national-einheitliches System ein. Daran ist überhaupt nicht zu denken, ja. Das war klar, also 2019, die mir schon gesagt haben, das wird nichts mit 2020. Wir sind alle noch am Diskutieren, wir sind am Experimentieren. Wir versuchen noch dies und jenes, neue werden eingeführt mit neuen Kriterien. Wir diskutieren über die Kriterien, die reinfließen. Wir diskutieren über die Schwellenwerte. Ab wann gibt es eine Sanktionierung oder eine Hochstufung oder so etwas? Welche Art von Sanktionierung soll es überhaupt geben? Und all das. Und da sind die noch so heftig dran, dass ganz klar ist, und das hat die Regierung jetzt auch offiziell nochmal beschlossen, nö, wir sind noch nicht so weit. Und das finde ich faszinierend, wie dieser Prozess der Ernsthaftigkeit der Diskussion und der Flexibilität der zentralen Entscheidungen dann miteinander geht. Genau wie im Umgang mit Märkten. Gehen lassen, konsolidieren, neue Orientierung geben, dann wieder gehen lassen. Experimentieren, lernen, beschließen, wieder experimentieren. Vor dem Hintergrund sehen sie eine Freudigkeit bei den Chinesen, an diesen Dingen mitzumachen oder etwa auch bei jungen Existenzgründern. Ich meine, ein Land, das Hunderte von Millionen junge Existenzgründer hat inzwischen. Also fast jeder Student ist ein Existenzgründer. Und die probieren das schon auf dem Campus aus. Also die Zahlen sind roundabout knapp 100 Millionen formelle Existenzgründer mit einer Firma. Das ist ja alles nur möglich, indem die jungen Menschen wissen, wir sind eingebettet in eine Orientierung, in eine Richtung. Und da kann nicht furchtbar viel schief gehen. Wenn wir wissen, was wir tun, wir haben das und das gelernt, wir können das und das, die technologischen Entwicklungen gehen in die und die Richtung. Wir kriegen die Unterstützung von unserer Bank. Nicht, dass wir sofort Opfer von irgendeinem Großkonzern werden, der uns aufkauft. Wir kriegen den Schutz der Bank. Die staatliche Bank muss die kleinen Entrepreneure schützen, auch finanziell schützen, also gegen Aufkauf auch. Und deswegen sagt auch McKinsey, die chinesischen Banken haben eine geringere Profitrate als die westlichen Banken. Also das ist alles eine sehr faszinierende Dynamik, die da losgetreten und entwickelt wird, wo man sagt, kombiniert mit allen Faktoren, die man sieht, Ausbildung der Leute, das soziale Vertrauen der Menschen untereinander, das Vertrauen in die Regierung als letztes, aber auch das Vertrauen jetzt, dass die Korruption ernsthaft in die Schranken gewiesen ist und weggeht, und dass man überall sieht, wie die Verhaltensweisen sich modernisieren, zivilisieren. Essen, ja, das Hundeessen ist weg, der Handel mit Wildtieren weg. Weg, weiß ich nicht, die Wale werden aus den Zoos jetzt über NGOs freigelassen und ins Meer gelassen. Gibt es südlich von Alaska da jetzt so eine Gegend, wo die Wale jetzt unter Kontrolle ausgesetzt werden. Denn wenn sie eine Wahl aus dem Zoo rausnehmen, der würde in der Freiheit natürlich sterben. Und solche Dinge, wo ich sehe, meine Güte, wo ich hingucke, sind NGOs in China aktiv und sind begeistert über das, was in China plötzlich möglich ist. Auch Ideen, die wir uns gar nicht vorstellen könnten, wie Wale freilassen oder so etwas. Ja, es ist erstaunlich, was Sie sagen, ja, weil man fragt sich eben, wenn die Möglichkeit besteht, reich zu werden, die besteht ja, wie lässt sich dann verhindern, dass die Leute nicht bloß ein ganz normales Leben wollen, sondern dass sie dann in den Luxusbereich und in einen Bereich, wo es schon richtig unanständig wird, gehen. Ja, genau. Also wie kann man das verhindern? Steht da nur die Kultur entgegen, die da offenbar viel stärker entwickelt ist als hier? Ja, also die Chinesen sind traditionell von ihrer Kulturgeschichte her, wie man neudeutsch so sagt, Ungleichheits-Avers, ja, also das, wer demonstrativ sozusagen sein Reichtum zur Schau stellt, was man natürlich teilweise sieht in den Städten, Autos oder so, der kriegt auch schon mal sowas gezeigt, also vom Bürgersteigrand, ja, von Leuten, die Leute mögen das so nicht, ne. Das ist so eine ähnliche Kultur wie in Skandinavien. In Skandinavien ist es völlig verpönt, sein Reichtum demonstrativ zur Schau zu stellen. Aber, wenn du eben auf der sogenannten Hurun-Liste bist, der Superreichen, also die chinesische Forbes-Liste, die wird eben auch staatlicherseits geführt, dann wird man eben auch mal vorgeladen und dann muss man eben auch mal nachweisen, wo man sein Reichtum her hat, ja. Das ist immer wieder, das steht auch in der Zeitung, ja, es wird auch mit Namen gesagt, also, dass der und der vorgeladen wurde und auch Parteifunktionär und sagen musste, woher hat er denn die 20 Millionen, die in den letzten zwei Jahren auf sein Konto gekommen sind, hallo, ja. Und dann geht eben auch schon mal einer in den Knast. Und da sind eben, seitdem die Korruptionsbekämpfung ernsthaft gemacht wird, sind eben viele in den Knast gegangen. Und die schlimmsten Tüten an Milliardären und Millionären sind ja dann auch in den 2010ern alle nach Hongkong abgehauen. Beziehungsweise sind auch welche hingerichtet worden, ne? Es ist auch der eine oder andere hingerichtet worden oder eben für ein paar Jahre in den Knast gegangen oder eben auch enteignet worden. Es finden auch Enteignungen statt bei Firmen, die nicht koscher zu ihren Geldern gekommen sind oder zu ihrem Reichtum gekommen sind. Und selbst wenn man sieht eben, also Höhepunkt, Spitze des Eisbergs jetzt, diese Ant Group, ja, von Alibaba, der hat eben, sozusagen, dessen Bäume wachsen nicht in den Himmel, ja. Der wurde eben vorgeladen von der Marktregulierungsbehörde und dem wurde dann eben, mit denen wurde diskutiert, so geht es nicht. Denn der hat sein Geld genommen und hat ein schickes Modell entwickelt, wo er roundabout, ich habe die Zahl von 400, 500 Millionen Kleinkrediten vergeben hat. Gerade auch letztes Jahr, so unter Corona, brauchte der eine oder andere mal einen Kleinkredit noch. Und auch danach, nachdem der Konsum wieder losging. Und da hat er sozusagen Kreditvermittlung gemacht. Die Banken sind die eigentlichen Kreditgeber und müssen das Eigenkapital bereithalten. Und Jack Ma hat gedacht, er kommt mit zwei Prozent Eigenkapital da weg und verdient an der Kreditvermittlung, ja. Und da haben sie ihm sozusagen die Grenzen gezeigt und gesagt, bitte, jetzt von jetzt ab hast du 20 Prozent Eigenkredit, Eigenkapital zu hinterlegen und du hast dein Konglomerat aufzuteilen, ja. Also es darf nicht mehr sein, dass er IT und Amazon und Facebook und PayPal in einem ist, ja. Das wird ihm jetzt gesagt und auf der Basis, er hat auch sofort Vollzug gemeldet, also er hat sich zurückgezogen für ein paar Wochen und jetzt vorletzte Woche ging durch die Medien, chinesische Medien, hier auch so am Rande Wirtschaftsmedien, dass er die Auflagen erfüllt und dann wird er wahrscheinlich auch zum Ende des Jahres hin seinen Börsengang jetzt machen können. Das soll ja einer der größten Börsengänge werden in Shanghai und in Shenzhen an den beiden Börsen. Also man geht heute nicht mehr an die Wall Street, ja, das ist auch interessant. Und es wurde schon gesagt von westlichen Wirtschaftsmedien, das wird der größte Börsengang mit roundabout 37 Milliarden Dollar Kapital, das bei der ersten Aktienausgabe sozusagen mobilisiert werden kann, aber eben jetzt auf einer anderen Basis. Und ich stelle mir vor, man würde eine Wettbewerbsbehörde bei uns, würde also Herrn Zuckerberg und Herrn Google und Herrn PayPal vorladen und sagen, liebe Leute, ihr seid zu mächtig, ja. Zuckerberg, gib mal bitte deine Libra-Aktivitäten auf, ja, Geld auch noch, also E-Currency, so Krypto-Geld zu machen, Kryptowährung zu machen. So viel antimonopolistische Fähigkeit hat unser Staat nicht mehr, ja. Also wir warten ja darauf, dass Google oder Facebook reguliert werden, ja. Stattdessen kriegen die noch mehr Macht von uns, indem sie jetzt die ganze Zensurorgie dürfen, die nämlich jetzt machen, ja. Die dürfen entscheiden, wer seine Meinung im Netz sagen darf und wer nicht, ja. Das ist in China natürlich überhaupt nicht möglich, ne. Das ist interessant, weil man immer in marxistischer Lehre davon ausgegangen ist, der Staat ist das Machtinstrument der herrschenden Klasse und diese Formel ist auch wiederum sehr lähmend, weil man ja dann der Meinung ist, wenn das Kapital so stark ist, dann kann überhaupt nichts gemacht werden, dann sitzen wir da und müssen warten und müssen warten. Und hier ist es ja offenbar anders. Hier ist der Staat stark und kann das Kapital regulieren. Aber wie, ja, wie haben Sie schon beantwortet, aber kann das nicht auch aus dem Ruder laufen? Also kann es nicht auch sein, dass innerhalb des Staates sich Strukturen bilden der Vorteilsnahme und Bereicherung, also ich denke jetzt bloß wieder an andere mittelasiatische Länder, Kyrgyzstan grenzt ja an China, also und dort ist es eben wirklich, die machen am einen einen Staatsstreich nach dem anderen, weil sich immer eine neue Clique dort an die Spitze setzen will. Ja, ich meine überall, wo Milliarden sich anhäufen, ist die Gefahr da, dass sie sich korrumpieren und dass sie sich Politik und Verwaltung kaufen können. Dagegen ist so ein bisschen diese Alertheit, diese Aufgewecktheit der chinesischen Öffentlichkeit. Beispielsweise gibt es eine sehr massive Umweltpolitik, die die Bevölkerung auffordert, geradezu Anzeigen zu erstatten, wenn Firmen Umweltsauereien machen, ja. Und dann kann man fast täglich sozusagen in der Zeitung lesen, was dann passiert, ja. Also innerhalb von wenigen Tagen, wenn so und so viele Anzeigen aus der Bevölkerung da sind, innerhalb von wenigen Tagen kommt eine nationale Kommission, ja. Und dann wird vor Ort verhandelt. Und dann geht eben auch schon mal einer in den Knast von den Managern, ja. Und es gibt eine Auflage, in einem halben Jahr sind wir wieder da und dann hast du das beseitigt, ja, das Thema, ne. Sonst wird es richtig heftig für dich. Und ich lese dann so örtliche Dinge, wo sowas passiert, wo dann 3000 Haushalte sich gemeldet haben, ja. Und gesagt haben, pass auf hier, da wird nachts irgendwas in den Fluss geleitet oder so. Da ist der Staat sehr differenziert, sehr agil, sehr qualifiziert auch. Also in einer Fülle von Fachakteuren, ja. Also eine Umweltbehörde, die zig Agencies hat, ja. Oder die Baumpflanzgeschichten, ja. Die Wälder in die Wüsten rein, die die Wüsten zurückdrängen und so weiter. Da sind 50 verschiedene Fachagencies dran beteiligt, ja. Plus nochmal NGOs und so weiter. Und die Bauern selber, die dann auch pflanzen und so. Und Leute, IT, die dann überwachen, dass die Bäume nicht wieder absterben. Und mit der Ant Forest habe ich ja dann auch die Möglichkeit, als Normalkonsument meinen eigenen Baum dann zu pflanzen, ja. Je nachdem, wenn ich das Auto stehen lasse oder wenn ich die Plastiktüte nicht mehr nehme oder wenn ich das Produkt aus dem Regal greife, was den kleineren ökologischen Fußabdruck hat, dann sammle ich ja Punkte und habe irgendwann meinen Baum, ja. Über diese Ant Forest sind ja schon 130, 140 Millionen. Das ist das soziale Belohnungssystem, ja, was es gibt, ja. Ne, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist eben so eine App, die Jack Ma auch sozusagen mitverantwortet, Ant Financial, also eine Tochter der Ant Financial, also des Bezahlsystems, Ant Forest. Ja, darüber kann ich, das geht leider auch nur in China und in keinen anderen Ländern, weil die eben die meisten ökologischen Daten haben. Wir haben die Blue Map, die hat jeder auf seinem Handy. Da kann ich sozusagen alle ökologischen Daten meines Ortes abrufen jederzeit. Auf der Basis können Sie eben dann auch sehr schnell feststellen, Sie haben Daten, dass das Produkt im Supermarkt, im Regal sozusagen, welches das in kleineren Fußabdruck hat oder eben, ich lasse das Auto stehen, fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter. Interessant ist übrigens auch noch dann bei der ganzen, sage ich mal, Feinsteuerung, das war ja eben so Ihre Frage noch, wie steuern die denn eigentlich sozusagen gegen Missbrauch oder gegen Machtmissbrauch auch, ist eben auch die eigentlich lustige Geschichte, wie bestraft wird. Es ist eben so, dass wird der Unternehmer oder der Manager mal bestraft, dann ist es nicht in erster Linie Knast. In den USA habe ich ein kaputtes Verkehrslicht und zufälligerweise die falsche Hautfarbe, dann kriege ich entweder vor Ort direkt die Todesstrafe, die dann auch direkt vollzogen wird oder ich lande eben im Knast und dann bin ich in einer Parallelwelt, aus der ich dann sozusagen aus der Kriminalität erst recht nicht mehr rauskomme. Hier sind die Bestrafungen in China im Kontext von Umweltvergehen oder Korruptionsvergehen oder auch anderen Kriterien der Sozialkreditsysteme eben so, dass der Manager dann zum Beispiel ein halbes Jahr oder ein Jahr lang nicht mehr erste Klasse fliegen darf. Ja, dann muss der Manager zweite Klasse fliegen, ganz normal Economy fliegen. Oder er darf nicht mehr ein Jahr lang nicht oder ein halbes Jahr lang nicht mit dem Bullet Train, muss mit einem langsameren Zug fahren. Das tut Managern richtig weh. So, danach ist aber auch die Rehabilitation wieder da. Also das ist auch das Schöne. Es ist doch ein bisschen so, ja es ist ein bisschen so wie Kindererziehung, ein bisschen. Ja, man muss ja auch sehen, ich meine das war Wilder Osten. 80er, 90er Jahre haben sich die Verhaltensweisen massiv verschlimmert. Ich habe das selber gesehen, ich wäre fast überfahren worden. Das erste Mal in China war, ich denke ich gehe über einen Zebrastreifen, ich gebe Signal, ich möchte auf die Straße treten. Kein Mensch hat angehalten, ja. Ich trete auf die Straße und wäre fast überfahren worden, ja. Weil kein Autofahrer, ich habe diesen Menschen, der mir hier ans Knie gefahren ist, ich habe dem dermaßen auf die Motorhaube gehauen, alle um mich herum haben gesagt, was ist denn mit diesem Ausländer los, tickt der nicht mehr sauber, ja. Das war 2014, ja. 2017, 2018, dieselbe Story an der gleichen Stelle, ja. Die Autos bleiben stehen, ja. Zehn Meter vorher, wie die Amis jetzt, ne. Lieber mal zehn Meter vorher schon langsam fahren und bremsen und halten. Okay, bringt doch was. Wunderbar. Ja, alles was Sie erzählen ist wirklich wunderbar, kann ich sagen. Jetzt habe ich auch gelesen, habe ich das gelesen? Ich glaube bei der russischen Nachrichtenagentur, dass China verkündet hat, dass innerhalb von 40 Jahren 770 Millionen Menschen aus der Not herausgeholt worden sind. Armutsbekämpfung, ja. Die Armutsbekämpfung, bei uns wird ja immer von den armen, bettelarmen Wanderarbeitern gesprochen. Wie ist das denn? Ja, das war ein großes Problem, natürlich. Es gab in der Hochzeit 300 Millionen Wanderarbeiter, die also aus den ländlichen Regionen in die großen Städte an der Ostküste gegangen sind. Und weil das traditionelle HUKU-System, das Registrierungssystem eben nicht richtig nachentwickelt wurde, hatten die dann an ihren Zielorten sozusagen kein HUKU, die hatten keine offizielle Registrierung. Bedeutet, sie hatten ihre Registrierung mit allen Rechten, Sozialversicherungsrechten, Schulrecht für ihre Kinder und so weiter in ihrem Heimatdorf, aber nicht an ihrem Zielort. Es war schwierig, die Familie nachzuholen, die Kinder dort zur Schule zu bringen und in den schlimmsten Phasen sogar eine Krankenversicherung zu haben, um dort in Shanghai meinetwegen zum Arzt gehen zu können. Dieses HUKU-System ist inzwischen immer wieder nachgebessert worden. Es ist jetzt eigentlich so, Sie müssen ja auch aufpassen, Sie können nicht einfach jedem HUKU geben. Dann hätten Sie sozusagen auf einen Schlag 300 Millionen Menschen mehr an den Ostküsten. Das wollen Sie ja auch nicht. Die Verstädterung soll ja auch begrenzt werden. Und es soll eben das Land entwickelt werden. Inzwischen ist die Zahl der Wanderarbeiter auf unter 200 Millionen gesunken. Das heißt, 100 Millionen Menschen sind zurück in ihre Dörfer. In den Dörfern wird entwickelt. Da ist das schnelle Internet inzwischen da. Da sind die vielen kleinen E-Mobil-Dinger, die Mopeds, die Fahrräder, die kleinen Kleinstlaster sind da. Das ist alles dort. Die Bauern haben die Computer. Die Bauern sind angelernt worden, wie sie Spezialprodukte entwickeln. Das Massenprodukt, sozusagen das agrarische Massenprodukt, muss über das staatliche System verkauft werden, zu Festpreisen. Aber die Bauern werden angeregt, spezialagrarische Spezialprodukte zu entwickeln. Also in den neuen Wäldern zum Beispiel, also Nüsse und Feigen und Datteln und alles Mögliche anzubauen und zu ernten. Und die Spezialprodukte können sie über Tau Bau, über die Plattform Tau Bau, eben direkt vermarkten. Einzel, als Genossenschaften oder als dörfliche Gemeinschaften oder im Zweifel auch als Einzelbauern. Das ist das eine. Und das ist natürlich ein Teil der Antwort auch auf die Frage der Armutsbeseitigung. Tatsächlich haben sie 800 Millionen Menschen aus der Armut geholt und offiziell, das muss man nicht bei der russischen Presseagentur nachlesen, sondern das kann man offiziell bei der UNDP, also der Entwicklungsorganisation der UNO nachlesen. Presseerklärung im November letzten Jahres ist offiziell, ist die Armut in China beseitigt worden. Das ist punktgenau, sollte also zum Jahre 2020, 2021 passieren und ist es auch passiert. Und ich habe dazu auch einiges geschrieben, jüngst auf Anfragen, wie konnte das denn sein. Und ich habe darüber geschrieben, dass es relativ einfach ist, war sozusagen über das allgemeine Wachstum, so einen Pull-Effekt zu haben, um hunderte von Millionen rauszuholen aus der Armut, nämlich mit dem generellen Wachstum. Aber der Bodensatz von Armen, das wissen wir von uns selber, wenn sie festgesetzte Armut, fest etablierte Armut irgendwo haben in Bereichen, sie kommen nicht mehr ran, weil das mit den Menschen was gemacht hat, hat die Menschen verändert. So, die Menschen, und das waren jetzt, sage ich mal, abgelegene Bergdörfer, Bergtäler, Kleinstethnien irgendwo, die noch so ihre eigene Wertvorstellungen und Religion haben, an die ranzukommen, die letzten 50 Millionen und letztes Jahr war noch eine Zahl dann 20 Millionen. Und dann habe ich eine Rede gelesen von Xi, der dann hingefahren ist zu solchen Dingen und sozusagen den Leuten gesagt hat, liebe Leute, das jetzt noch zu beseitigen, ist die größte Aufgabe, weil das ist nicht einfach. Das geht nicht mehr einfach nur mit Wachstum. Die Leute werden von dem generellen Wachstum dann nicht mehr mitgezogen, weil die sozusagen zu separat sind. Und da wurden eben Wirtschaftsentwicklungskonzepte pro Dorf sozusagen gemacht. Und da wurden die Bauern angeleitet und gesagt, was für Spezialprodukte könntet ihr denn hier entwickeln? Oder Dörfer, die früher am Rand der Wüste waren, die jetzt diese neuen Wälder da haben. Also 40 Milliarden neue Wälder. Die NASA sagt, das grünste Land der Welt aus dem Weltraum betrachtet. Seit 1978 40 Milliarden Bäume und bis 2049, bis die Volksrepublik 100 Jahre alt sein wird, wollen sie 80 Milliarden Bäume gepflanzt haben. Das ist alles unglaublich. Da fällt einem die Klappe runter. Und da müssen mit den Bauern und den Dorfgemeinschaften Konzepte entwickelt werden, welche ökonomischen Aktivitäten denn hier nachhaltig aus der Armut herausführen. Und da sind eben zum Beispiel Konzepte von grünem Tourismus entwickelt worden. Der Bauer, der jetzt unter anderem in seinen neuen Wäldern der Tourismusguide ist. Und die junge Frau, die aus Shanghai kommt und über Ant Forest ihre drei Bäume da hat, die will die nicht mehr nur über die Drohnenbilder sehen, kann man nämlich, sondern die will ihre drei Bäume mal anfassen. Das ist eine neue Art von Tourismus. Und das sind eben Konzepte von, ich sage mal, ganz konventionell Wirtschaftsförderung. Ich war selber zehn Jahre Wirtschaftsförderer außerhalb von Akademie, also lokaler und regionaler Wirtschaftsförderer. Und weiß, wie schwierig das ist, sozusagen an den Bodensatz ranzukommen. Da, wo die Verhaltensweisen, die Erwartungen, die Zukunftsvorstellungen der Menschen verändert werden müssen. Dass aus einer negativen, passiven, deprimierten Haltung heraus, was Fortunities kommt. Also ein Optimismus und Vertrauen in sich selber auch. Und das ist gelungen. Also diese Armutsbeseitigung ist einfach selber nochmal ein Krimi, ein schöner Krimi, sage ich mal. Oder ein richtiger Roman, ich denke an Makarenko, der die Straßenkinder nach der Revolution zusammengeholt hat und hat ihnen Hoffnung gegeben und Selbstwertgefühl. Wobei, wenn ich das denke, dann denke ich, das ist ja märchenhaft. Wie soll denn das gehen? Da muss ein ungeheurer Aufwand, also Leute, die da hingehen und die dort Vertrauen schaffen, Hoffnung sehen und lauter diese Dinge. Genau, genau. Und das ist eben auch, da kommt nicht eine Dampfwalze an, sondern da kommt der Staatspräsident mal und hält eine Rede vor Bauern, vor NGOs, vor Leuten aus den Umweltagenturen, vor Baumpflanzern, Agraringenieuren, Wüsteningenieuren und so weiter. Ja, das gesamte Wissen koordiniert ist da, um diese letzten Zipfelchen sozusagen aus der Armut rauszuholen. Das ist das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Das ist eigentlich eine Story, die mich am allermeisten fasziniert hat, weil das hat mich auch nochmal selber angesprochen als Wirtschaftsförderer, ehemaliger Wirtschaftsförderer, der ich mal war, weil ich weiß, wie schwer es war, an den Bodensatz eben der Langzeitarbeitslosen zum Beispiel ranzukommen. Und da haben wir so gut wie kein Instrument. Und das ist faszinierend zu sehen und das ist eben auch das Systemische an dem Ganzen, zu sehen, wie qualifiziert die öffentlichen und auch die kollektiven gesellschaftlichen Akteure sind. Also bis hin runter zu den Schekus, den Wohngebietsgruppen, die jetzt eine Riesenrolle in der Epidemie da letztes Jahr bei der Corona gespielt hat, wo ich Kontakte hatte, E-Mail-Kontakte zu ehemaligen Doktorandinnen, die mir dann Ende Februar sagten, ja, hier ist jetzt Lockdown, und ich wusste noch gar nicht so richtig, was das ist, ja, Quarantäne, ja, und wie, keiner darf raus, hin und her, E-Mail und so weiter. Ja, keiner darf raus, wir kriegen das Essen jetzt morgens und abends sozusagen am Haus angeliefert. Und ich habe mich jetzt, ich, sagt so ein kleines Mädchen, ich wusste noch genau, so ein kleines, zartes Mädchen irgendwie, gerade fertig mit dem Master. Und dann schreibt sie mir, ja, und ich habe mich jetzt als Freiwillige gemeldet und ich gehe morgens und abends runter und habe vier Etagen, für die ich zuständig bin und denen verteile ich das Essen morgens und abends. Für mich ja eine Welt, die man noch gar nicht kannte, man konnte sich das noch gar nicht vorstellen. Hinterher las ich acht Millionen Freiwillige, ja, über die Schekus, die Schekus, die Wohngebietsgruppen, und da meldeten sich die Freiwilligen. Und sie war eine davon und sagte, ja, und ich erinnere sie dann auch immer alle, meine Nachbarn morgens und abends daran, dass sie ihre Fieberwerte über ihre WhatsApp-App da einliefen. Ja. Ja, so, und das ist so eine kleine Sache, wo man plötzlich anfängt zu fantasieren, meine Güte, was ist da los, was ist diese Gesellschaft, wie handlungsfähig ist diese Gesellschaft, ja, was bedeutet das, wenn wir ein soziales Grundvertrauen bei den Menschen haben? Hätten. Wäre schön, wenn wir das hätten. Aber der Individualismus ist ja halt sehr stark. Aber Sie sagen, also ich noch erst mal zu Corona, Sie sagen, Sie sagen in Ihrem Buch, wäre sie in einem anderen Land ausgebrochen, dass nicht die enormen Organisations- und Handlungskapazitäten Chinas und diese erstaunliche sozial-psychologische Stabilität hat, hätte dieses Land in ein existenzielles Chaos, Paniken und Revolten eingeschlossen, bis zum völligen Korps hineinschlittern können. Kann China denn mit diesem Hintergrund, der dort besteht, ein Vorbild für weltweite Anti-Corona-Strategien sein? Ja, das ist ja das Thema meines Buchs, was jetzt im April erscheint, die Zeitenwende, wo ich ja auch den chinesischen Weg und darüber hinaus den südostasiatischen Weg zeige. Das ist ja nicht nur China, sondern andere Länder Südostasiens haben das ja mit ähnlichem kulturellen Hintergrund des Grundvertrauens, des sozialen Grundvertrauens der Menschen untereinander und auch des gewissen Vertrauens in die Regierungen ja auch geschafft und mit relativ, sozusagen mit einem Spektrum von Maßnahmen, wo Messen und Testen und dann punktuelles in Quarantäne packen, die leeren Hotels sozusagen anmieten und da die Leute für zwei Wochen reintun, dann ist wieder gut, dann hat man die Sache im Griff. Denen ist ja vieles gelungen, wo ich lange analysiere, relativ viele Seiten, warum wir das so nicht eins zu eins übernehmen können. Inzwischen gibt es ja eine Riesenliteratur der Ostasien-Korrespondenten der herrschenden Medien, die alle sagen, liebe Leute, es ist doch gar nicht so schwer, das ist ja auch nicht systemisch, die können es, die können es nicht, sondern guckt doch mal, mit welchen Einzelmaßnahmen, die in Südostasien schon sehr weit gekommen sind. Und dann sage ich, ja, es ist in gewisser Weise ein Spektrum von Maßnahmen, die man machen könnte. Selbst die schaffen wir nicht. Das ist leider der Punkt hier. Und ich habe noch gesagt, sozusagen, eins zu eins könnt ihr das chinesische Modell, never ever, geht gar nicht. Ich würde auch nicht so tun, als würde ich das chinesische Modell, das stelle ich da ausführlich und bin sehr massiv gegen dieses China-Bashing und sehr massiv in dem neuen Buch jetzt auch über viele Seiten, die Chronologie der Ereignisse, weil ja gesagt, China ist schuld und bla bla und all dieser Quatsch, ja, und hat am Anfang versagt und all so ein Blödsinn, was man alles detailliert anhand der internationalen Websites der Virologen, ja, GISAID für jeden zugänglich, die Websites der WHO für jeden zugänglich, kann ich tagesgenau rekonstruieren, was passiert ist. Und das tue ich auch, ja, in dem Buch, so dass man sagen kann, also hier sind, hier hat China dem Westen acht Wochen Zeit gegeben, ja, dadurch, dass es schnell analysiert hat, alles, was ja vorher schon einmal in der Vorvariante, schon einmal um die Welt war und nie, nirgendwo analysiert worden ist, weil kein Interesse bestand oder keine Fähigkeit bestand, der Virus war in Vorvarianten, in Vormutationen, ja schon einmal um die Welt, der war in den USA, alles hinterher jetzt rausgekommen, ja, in Frankreich, in Italien, in Singapur, in Hongkong, überall. Und ist jetzt durch Nachanalyse, ist eben rausgekommen, dass all die Fälle, die man früher als Influenza mit unbekannter Symptomatik ad acta gelegt hat, das waren alles schon Corona-Vormutationen. So, das alles ist jetzt ja auch bestätigt worden im Bericht von der WHO-Kommission. Und ich sage mal, diese Prognose da, dass das im Westen sehr schnell zu sozialen Revolten und Aufständen führen kann, ich wusste ja gar nicht, wie richtig ich damit liege, wenn ich dann die Dinge in den USA sehe, die dann passiert sind im letzten Jahr und bis im Januar hinein jetzt, die ja noch lange nicht zu Ende sind. Nein. Die Frage ist aber eben, der Westen kann, Sie sagen, Sie kann das nicht kopieren, was in China gemacht wurde und was gemacht wird jetzt auch außerhalb von Corona. Wie reagiert man denn in China auf den Westen? Also wir sagen jetzt, China ist anders und mit welcher Betonung sagt man in China, Deutschland ist anders? Also, die südostasiatische Kultur ist ja eine Kultur der Mischung des Konfuzianismus, dieser sanften chinesischen Variante des Buddhismus und des Taoismus. Alles Dinge, die auf soziale Harmonie aus sind, die auf Grundvertrauen hinwirken und die auch gleichzeitig sozusagen den Unterschied aushalten. Was unser westlicher Werteabsolutismus, ja, wir müssen ja den anderen immer zeigen, wo es lang geht und wenn sie das nicht wollen, dann müssen wir ihnen die Köpfe einhauen. So haben wir es ja immer gemacht und so gibt es ja auch leider auch so eine jetzt inzwischen eine grüne Variante von diesem Wertabsolutismus und leider auch bei vielen Linken, ja, so ein wir sind eben sozusagen die, die wissen, wo es lang geht und die wirklich wissen, was humanitär ist. Die Wertepolitik. Genau, dieser europäische Werteabsolutismus, an dem die Südostasiaten ja verzweifeln. Also es gibt ja Leute, die nun gar nichts mit China zu tun haben, singapurianische Leute, Parakana, der hat jetzt eine Reihe von Büchern, Politologen aus Singapur und auf einem Buch auf Deutsch letztes Jahr erschienen, das asiatische Jahrhundert heißt das, nein, unsere asiatische Zukunft oder eben dieser Kishore Mabubani, auch ein Vertreter Singapurs in der UNO für viele Jahre, der hat ein Buch geschrieben, Has China Won, leider nur auf Englisch hat China gewonnen und diese Leute sagen, meine Güte, wir sind ja eigentlich westlich orientiert, aber wir verzweifeln am Westen, der Westen ist nicht bereit, verstehen zu wollen, wie wir Südostasiaten ticken, in Fragen von Demokratie, was Südostasiaten von ihrer Regierung erwarten, verlangen, wo sie auch teilnehmen an sozialen Diskussionen und die Regierung, einschließlich China, die müssen reagieren, sie müssen responsiv sein, das ist der Punkt. So, jetzt habe ich Ihre Frage vergessen, daraufhin. Ja, was hatte ich denn gefragt? Ja, ich hatte gefragt, wie da Deutschland gesehen wird. Ja, und Deutschland ist eben so, das war sozusagen die Einleitung dazu, sie sind eben ganz anders in der Frage des Aushaltens von Differenzen. Ja, es ist völlig klar, dass der andere eine andere Haltung haben kann. Ja, und trotzdem bin ich interessiert an ihm, ja, weil diese Auseinandersetzung, Yin und Yang, ja, so, Mann, Frau, Ausländer, Asiater, Europäer, das finden die spannend, ja, und deswegen sind die immer interessiert, ja, sie werden, zig Fragen kriegen sie gestellt, als Ausländer in China, ja, wie ist das in Deutschland, wann, viele waren ja, reisen ja jetzt auch selber und sind interessiert, interessiert, interessiert und kommen, ja, wie macht ihr das mit Industrie 4.0, wo sind, bis hin in die Wissenschaft, ja, meine Kooperationspartner, ich bin international sehr stark vernetzt gewesen, jahrzehntelang in den USA, nach Westen, jetzt im letzten Jahrzehnt eben auch nach Osten, und da wird immer die Frage gestellt, wo können wir, wo haben wir einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt, können wir kooperieren, win-win, wo ist da was, und die Deutschen speziell haben eben immer noch ein ganz großes Ansehen in China, ja, und es ist eben auch so, die Chinesen wissen mehr über Deutschland als wir über China, ja, es hat, es war eine interessante Geschichte, Berliner Ensemble, glaube ich, war das, hatte in der Quarantäne letztes Jahr gesagt, wir haben uns unsere Aufführung digital gestellt, und dann der Intendant hatte da ein Interview hier in einer Mainstream-Zeitung bei uns, und sagte, ja, und was glauben Sie jetzt nach sechs Wochen, wo wir die meisten Zuschauer haben? In China. Man stelle sich das mal vor, ja, ein chinesisches Ensemble stellt alle seine Produktionen online, und dann sagt er nach zwei Wochen, wir haben die meisten Zuschauer in Deutschland, ja, unvorstellbar, noch. Aber das klingt alles ganz begeistert bei Ihnen, also man denkt, man möchte da eigentlich auch mal hinreisen, ja. Unbedingt, 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 bei nächster Gelegenheit, sage ich jedem, ja. Ja, aber Sie haben auch das Gefühl, also wenn Sie jetzt immer mal dort sind, Sie könnten dort auch leben, ja, oder, oder würden Sie, oder würde Ihnen auch etwas fehlen, was würde Ihnen fehlen? Ich versuche jetzt noch ein paar Unterschiede noch auszuloten. Also inzwischen ist das tatsächlich ein geflügeltes Wort zwischen meiner Frau und mir, ne, wir gehen nach China, ne, Ja, 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 irgendwann mal kam so der Gedanke auf, aber es ist mehr so ein Gedankenspiel, wir würden es natürlich nicht machen, ja, weil wir, man weiß es nicht, wir, also, es ist natürlich immer verbunden mit der Fantasie, was passiert hier noch alles, ja, wird man irgendwann mal gehen wollen. In meinem Alter geht man nicht mehr, das ist klar, aber ich war überrascht zu sehen, und seit sechs, sieben Jahren achte ich jetzt ganz bewusst darauf und bin immer wieder überrascht, wie viele Deutsche in China sind, ja, ich habe bei Corona das alles ja monatelang durch die, durch das weltweite Internet durchverfolgt, alle Dokumente und so weiter sortiert, jetzt für das zweite Buch, und festgestellt, wie viele Deutsche, amerikanische Ärzte in China gearbeitet haben, ja, weil die natürlich, du kriegst sofort eine Einladung, ja, du, die sind so daran interessiert, komm hier, ne, und arbeite hier, und du kannst mit uns, und so, und dann gehen die wieder rüber, und das ist natürlich hervorragend, weil diese Ärzte, denen ist der Kragen geplatzt, bei diesem ganzen China-Bashing, ich habe da ein halbes Dutzend amerikanische Ärzte zitiert, die China kannten, die selber auch am, am Wuhan Institute of Virology, gearbeitet hatten, ja, und gesagt haben, was ist das für ein, für ein hirnloses Zeugs, was hier unsere Medien verbreiten, ja, so, und dann qualifiziert geantwortet haben. Es würde fehlen, sozusagen, natürlich die Sprache, die Kultur ist, glaube ich, schon fast weniger ein Problem, das würde man hinkriegen, also diese, diese, diese Haltung, offen sein, interessiert sein am anderen, ja, dann sind sie sehr diskussionsfreudig, dann lassen sie sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen, ja, also ich habe das jetzt, ich habe ja Doktorandinnen und Doktoranden drüben gehabt, einige sind jetzt in hohen Positionen, einer, mit einem habe ich jetzt nochmal gemeldet, der schrieb mir, ja, wir haben jetzt in Shanghai, der ist hoch in der Wirtschaftsförderung in Shanghai und schrieb mir, ja, wir haben jetzt auch ein neues Sozialkreditsystem eingeführt in Shanghai und jetzt stellen die uns 20 Tonnen vor das Haus und dann haben wir erstmal alle protestiert und dann habe ich nochmal nachgefragt, du als hoher Beamter in Shanghai darfst protestieren? Ich sagte, ja, meine Frau und ich, wir haben da E-Mails geschrieben, ob wir denn jetzt noch Chemie studieren müssten, um die 20 Kategorien daraus zu analysieren, und lange Rede, kurzer Sinn, vor ein paar Wochen habe ich nochmal nachgehakt, was sind die Tonnen? Mülltonnen, Mülltonnen, sorry, Abfallsortierung, es ging um Abfallsortierung, plötzlich 20 verschiedene Kategorien von Abfällen, die dann unterscheiden, bekamen dann so ein kleines, so ein kleines Heftchen in die Haushalte und haben gesagt, so geht das gar nicht und dann habe ich nochmal nachgefragt, jetzt, dann gingen, waren drei Monate vorbei und dann habe ich gesagt, wie, was ist denn draus geworden aus eurer Geschichte? Ja, sie haben es zurückgenommen, das System ist wieder einkassiert worden, weil der Widerspruch war zu groß und es wird überarbeitet und auf der anderen Seite sagt er dann aber, aber wir sind auch, haben uns auch entwickelt, wir gewöhnen uns daran, die Dinge noch deutlicher zu differenzieren. Ja, haben wir schon gedacht, das ist eine Dialektik, so muss Dialektik sein. Ich mache jetzt nochmal einen Sprung zu den internationalen Beziehungen, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass die Beziehungen zwischen Russland und China sehr eng seien, ich lese das auch immer, aber wie verlässlich sind diese Beziehungen denn? Ja, ich glaube, von beiden Seiten ist das inzwischen eine strukturelle, langfristige Kooperationsbeziehung geworden. Sie haben ja auch gesagt, es gibt, also beide sagen ja, es ist eine strategische Allianz, die sind ja auch beide seit 2000, wann ist die SCO gegründet worden? Shanghai Corporation Organization, ja, 2004 oder 2005 und da ist Russland ja auch von Anfang an dabei gewesen. Also ich sage mal so, der Putin hat ja nun fast jahrzehntelang sich angedient dem Westen, hat immer wieder gesagt, kommt, also darf doch nicht wahr sein, ihr habt jetzt den 4 plus 2 Vertrag gebrochen und ihr rückt hier an unsere Grenzen ran und so und jetzt dann kam diese Krim-Geschichte, jetzt macht ihr noch einen Putsch da, eine Orange-Revolution in Kiew, da in der Ukraine und wollt uns da jetzt ans Schwarze Meer und von da uns auf die Pelle rücken, lasst uns doch reden, ja. Gleichzeitig kündigt ihr einen, einen der Abrüstungsverträge nach dem anderen, ja, alles aus den 80er Jahren, alles weg, bis auf jetzt dieses INF-Abkommen, was Biden jetzt nochmal für 5 Jahre verlängert hat, ansonsten ist ja alles weg, alles weg. So, ich sage mal, irgendwann begreift auch der Gutmütigste, dass das keinen Zweck mehr hat. Inzwischen hat der Lavrov, der Außenminister Russlands, hat ja nun klare Kante jetzt gesagt, EU ist unzuverlässig, man kann diesem Land, dieser EU nicht mehr vertrauen, ja. Und auf der anderen Seite ist es eben so, ich bin selber aus allen Wolken gefallen, als ich irgendwann mal zufällig las, beim Bücherschreiben, sagen, dass sich Putin und Xi schon, ich weiß nicht, letztes Jahr, Mitte letzten Jahr 30 Mal getroffen hatten, habe ich zurückgerechnet, die treffen sich im Schnitt jeden zweiten Monat. Davon hört man gar nichts. Bedeutet aber, und Xi hat, und die haben sich sozusagen als Freunde bezeichnet, bis Xi jemand als Freund bezeichnet ist, muss auch viel passieren, da ist also was Qualitatives, auch im persönlichen Bereich passiert. Inzwischen ist ja auch angekündigt worden, eine Militär, ein Militärbündnis, ja, das würde bedeuten, wenn das kommt, ja, das ist eine neue Qualität, wenn eines der beiden Länder angegriffen wird, muss der andere beistehen. Oh, ja. So, die Entwicklung der Waffentechnologie ist sowieso schon klar, wir hatten ja im Vorfeld schon mal gesprochen, ich meine, die NATO ist da, Deutschland muss ja jetzt auch wieder mitspielen und Zampano machen, zwölf Meilen vor der chinesischen Küste wird da, also Militärmanöver gemacht, ja, jedes Jahr Pacific Defender, Defender Pacific oder wie er das heißt, 2020, 2021 und so weiter, dass man das, wo ich dann immer sage, stellt euch doch mal vor, die chinesische Marine würde 15 Meilen, zwölf Meilen vor Sylt auflaufen, ja, und da Manöver machen, was würdet ihr dann denken und fühlen, dann macht es meistens Klick bei den Leuten, ach so, na so ist das, ja, haben wir uns da gar keine Gedanken zu gemacht, dann würden wir nämlich im Dreieck springen, ja, so, das ist eine langfristige strategische Kooperation, die bis in die Militärtechnik hineingeht, wo die Chinesen diese S-400, S-500 Verteidigungs-Raketenabwehrsysteme der Russen haben, teilweise entwickeln sie ihre Militärflugzeuge, ihre Jäger da gemeinsam jetzt, und sind dabei auch deutlich besser als die NATO-Entwicklung, sie haben Arbeit militär, technologisch auf einem ganz anderen Geschwindigkeitsniveau, es geht bis zu Mach 25, also 30.000 kmh pro Stunde Geschwindigkeiten von einfachen Raketen, wo die amerikanischen Flugzeugträger jetzt nur noch Dinosaurier da sind und alle innerhalb von einer halben Stunde vernichtet werden könnten, das wissen die Amerikaner und das ist wahrscheinlich auch die einzige Sprache, die sie verstehen, so sage ich mal, es ist ein neues Gleichgewicht des Schreckens da, leider, und das Gleichgewicht des Schreckens ist die zweitschlechteste Möglichkeit. Die schlechteste Möglichkeit wäre ein Ungleichgewicht des Schreckens, wenn die Amerikaner alles dominieren könnten, dann sähe die Welt schon anders aus. So muss man also sagen, Glück im Unglück quasi. Diese Kooperation China-Russland hat eine reale Basis, und die reale Basis ist, dass beide Länder eine multipolare Welt sich vorstellen und wollen. Und damit stehen sie, haben sie große Mehrheiten in der UNO, regelmäßig, regelmäßig hinter sich, ja, 60, 70, 80 Länder, immer hinter chinesischen und russischen, wenn nicht viel mehr, also es gibt ja meistens so, es gibt ja immer diese antichinesischen Resolutionsentwürfe von USA, da sind dann immer so 25 Länder gegen 70 Länder, ja, so sind immer die Abstimmungsverhältnisse in der UNO, das weiß hier auch kein Mensch, ne. Und das wird nicht mehr, diese Welt in der Struktur, China, Russland und von da ausgehend sozusagen die Neuentwicklung des Eurasischen Herzlandes, ja, es wurde immer das Heartland bezeichnet früher, wo es so eine kleine Halbinsel gibt, die sich Europa nennt, ne. Das ist nicht mehr wegzukriegen, das ist die neue Welt. Und die wird neu aufgebaut werden, bis hin zu allen technologischen Fähigkeiten, Chip-Produktion in den Ländern, die Sie vorhin genannt haben, über die Seitenstraßen, wird das vermutlich in 10, 20 Jahren das Zentrum, das wirtschaftliche Zentrum der Welt sein. Ich muss, obwohl die Zeit jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist, darf ich jetzt nicht aufhören, ich habe dann auch noch eine andere Frage, darf ich nicht aufhören, ohne die Lieblingsthemen des China-Bashing, die Uiguren und Hongkong. Können Sie dazu vielleicht doch noch etwas sagen, obwohl das wieder ein ganzes Thema für sich wäre? Ja, kann man eigentlich auch nur methodisch antworten, ohne jetzt in die Inhalte zu gehen. Uiguren, ich habe gerade jetzt noch mal ein anderes Buch, was gerade eben erschienen ist, von einem Uwe Behrens gelesen, ein Wirtschaftsmensch, der 30 Jahre lang für eine Logistikfirma in China gearbeitet hat, der das noch mal aktuell aufbereitet hat und auch mit Spannung gelesen. Und das waren auch 20 Seiten, der hat genau das Gleiche aufgearbeitet wie ich. Es gibt zum Glück ja, das Internet ist ja eine neue Welt. Und wer wirklich hinter einem Thema her ist und ein Thema aufklären will, findet im Internet inzwischen nicht nur einfach beliebig alles, sondern findet eben, wenn er, ich sage mal, ich bilde mir ein, nach 50 Jahren, 45 Jahren akademischer Tätigkeit ungefähr zu wissen, welchen Quellen ich trauen kann, welchen nicht, und das relativ schnell die Spreu vom Weizen zu trennen. Also es gibt inzwischen mehrere gute Gruppen international von Investigatoren, ja, investigative Wissenschaftler, Journalisten, die solche Dinge nachverfolgen. Und die Uiguren-Geschichte, jetzt rein methodisch, muss nachgelesen werden in meinem Buch, ich habe da ja nur 20 Seiten dazu mit tausenden von Quellenangaben da gemacht, ist, methodisch geht das so, sie stechen rein in dieses Wespennest. Da gibt es die Gay McDougal, die in der UNO plötzlich sagt, geht vor die Presse eines Tages vor drei Jahren und sagt, ja, die haben drei Millionen Leute im KZ. So, dann wird das zitiert, 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 jeder zitiert jeden und dann plötzlich ist das eine Wahrheit. Keiner weiß mehr, wo sie eigentlich herkommt. Fragen Sie mal einen Journalisten hier, einen Mainstream-Journalisten, sagen Sie, wo kam das eigentlich her? Und sagen Sie, kennen Sie eine Gay McDougal? Ne, Gay McDougal, weiß ich nicht. Ja, wo wissen Sie es, woher wissen Sie es denn? Ja, ich habe es von der New York Times. Wo hat die New York Times das her? Ja, und so. Also Sie verfolgen sozusagen jetzt mal rein methodisch über das Internet, wer wen zitiert. Ja, Gay McDougal zitiert NED, National Endowment for Democracy. Regionsorganisation der USA, ne, die also interveniert in allen möglichen Ländern. So, deren Dokument zitiert CIA-Quelle. Dann gehen Sie bei dem CIA in dieses Dokument rein, zitiert World Uyghur Congress in München. World Uyghur Congress zitiert einen Reisenden, der da eine Familie befragt hat. Und gesagt, ah, da war einer im KZ oder im Gefängnis oder was. Dann wurde es hochgerechnet. Dann gehen Sie zurück, dann gibt es eine Quelle Adrian Zenz, dieser Mensch, der von Gott geleitet wird in seinem Kampf, der noch zugegebenermaßen noch nie in Xinjiang war. Aber alles weiß darüber, ne, ganz genau, wie viele Millionen da im KZ sind. Und dann stoßen Sie sozusagen jetzt, stoßen Sie zum Beispiel sogar bei CIA-Berichten, wo dann das ganze Internet lacht oder jedenfalls die Leute lachen, plötzlich gesagt wird, die amerikanischen Geheimdienste machen sich noch nicht mal mehr die Mühe, vor Ort selber zu recherchieren, sondern die zitieren dann plötzlich die New York Times. So, also sie kriegen keinen Grund rein. Zum Beispiel, also sagt, nachdem die Gay McDougal angeblich als Mitglied eines UN-Ausschusses für Menschenrechte, die sie gar nicht ist, das ist ein kleiner Unterausschuss gewesen, der informell ist, der gar nicht beschlossen worden ist von der UNO-Vollversammlung, sagt sie da was, stellt das in den Raum. Sie ist ja auch keine Unbekannte, sie ist ja auf der Paylist von George Soros und da, ne, so, aber auch in amerikanischen Ministerien angestellt. Und zwei Tage später stellt sich der UNO-Hohekommissar für Menschenrechte vor die Presse und sagt, diese Dame hat etwas gesagt, zu dem wir nicht die geringsten Unterlagen haben. Wir können das als UNO nicht bestätigen. Sie hat nur für sich gesprochen, obwohl sie gesagt hat, sie würde für den Ausschuss sprechen, aber dieser Ausschuss existiert so nicht. Sie hat, wir haben keinerlei Erkenntnisse darüber, dass das stimmt, was die Dame sagt. Diese Aussage des Hohen Kommissars für Menschenrechte der UNO ist von keinem westlichen Medium gebracht worden. So, jetzt hat daraufhin ja China relativ schnell eine allgemeine Einladung über die UNO ausgesprochen, an alle Länder Xinjiang zu besuchen, was dann auch von fast allen Ländern wahrgenommen wurde. Also, sie haben also auf der UNO-Website, auf den verschiedenen UNO-Websites, UNDP, also Development Programme, UNEP, Environmental Programme und so weiter, haben sie die Reiseberichte von Politikern und von Fachleuten aus der UNO und so weiter, die alle auf Einladung der chinesischen Regierung Xinjiang besucht haben. Und dann haarklein erzählen, was sie da gesehen haben. Und ich habe entsprechende Berichte von entfernten Bekannten, eine ältere Dame, die irgendwann mal gesagt hat, ich will es jetzt selber wissen, und 2019 ihren Rucksack geschnürt hat und mit ihrer Staffelei sozusagen acht Wochen lang durch Xinjiang gereist ist. Und dann in die Bremer Stadtbibliothek kam und da einen öffentlichen Vortrag gehandelt hat und gesagt hat, ich komme mit etwas ganz anderem wieder, mit ganz anderen Eindrücken, als ich hingefahren bin. Ja, also diese Berichte, die dort stehen, auf der UNO-Website von überwiegend eben islamischen Politikern auch, also Vertretern islamischer Staaten, die China hoch loben für seine Minderheitenpolitik, wie übrigens auch der hohe Kommissar der UNO für Menschenrechte und Minderheiten, der auch sagt, also für uns ist eigentlich China das beste Land, was Minderheitenpolitik betrifft. Und die Zahlen sind ja eindeutig. Ich meine, die Uiguren waren ausgenommen, wie alle Minderheiten außer den Han-Chinesen, von der Ein-Kind-Politik. Gucke ich die Zahlen an, dann sehe ich, dass der Bevölkerungsanteil der Uiguren in der chinesischen Gesamtbevölkerung deutlich gestiegen ist. Das sind inzwischen zwölf Millionen Uiguren. Und es waren vor ein paar Jahren, weiß ich noch, als ich anfing zu recherchieren, da waren wir zehn Millionen Uiguren. Jetzt sind es elf Komma acht oder sowas. Also das ist, glaube ich, mit Völkermord nicht ganz zu vereinbaren. So, viele, viele Details, die es da noch, also endliche Details gibt, die muss ich einfach verweisen. Ich verstehe, auch die islamistische Bedrohung, die es ja auch gibt. Das muss man eben auch sehen, ja. Und das ist auch gerade mal eben seit fünf Jahren beendet worden, diese ganzen Terroranschläge und Pogrome gegen Han-Chinesen. Das ist eine ganz aktuelle Geschichte. Die letzten großen Pogrome gegen Han-Chinesen durch infiltrierte, aus Syrien zurückgekommene islamistische, also Dschihadisten und Terroristen, und die waren ja sogar auch in Syrien, waren ja die Turkmenen mit die, also die härtesten von diesen Terrorgruppen. Das ist ja alles erst sozusagen durch einen Schutz der chinesischen Westgrenze jetzt erst beseitigt worden. Das ist ja der Hintergrund. Ich meine, es hat ja noch 2014 ja noch in Peking ein großes Massaker gegeben mit 300 Toten, also Stabbing, wo die einen fuhren mit einem Selbstmordkommando, mit 400 Liter Tanks da irgendwie, Benzin da rein und machten große Explosionen. Die anderen gingen mit Messer auf Han-Chinesen los. Also das mag man ja auch nicht. Man stelle sich mal vor, so was wäre hier passiert, was dann hier polizeilich passiert wäre. Aber unser Herr Maas legt eben zwei verschiedene Maße an. Was die Chinesen machen, ist immer alles böse. Ganz kurz noch zu Hongkong, weil ich gefragt habe, wenn die Leute zuhören, aber dann muss ich trotzdem noch eine letzte Frage stellen. Musst du aushalten. Ja, zu Hongkong, also ich habe ja alles dann sozusagen, als das Buch 2020 rauskam, Anfang 2020, haben wir mit dem Verlag besprochen. Ich war im Dezember 2019 eigentlich fertig und dann haben wir gesagt, eigentlich ein China-Buch ohne Hongkong geht nicht, ein China-Buch ohne Uiguren geht nicht und dann wurde eben noch mal zwei, drei Monate draufgelegt und dann habe ich diese Dinge als aktuelle Kapitel dann noch vorneweg reingeschoben. Also das muss einfach, sollte einfach gelesen werden. Das ist richtig. Sollen die Leute das Buch lesen? Eine letzte Frage. Es gibt die neue Seitenstraße, die also sehr viele Länder, auch Deutschland ja eigentlich noch mit, wir sind ja auch mit dabei. Klar. Und wenn man also danach sucht, nach einem Uneigennützigen, wie uneigennützig ist das, ist die erste Frage. China baut doch auch noch im eigenen Interesse an der neuen Seitenstraße. Und zum anderen, es gibt so ein Buch, ich weiß nicht, ob Sie es auch kennen, von einem chinesischen Philosophen, das heißt Dian Xia, Alles unter einem Himmel. Ah ja. Ja, der Philosoph heißt Zhao Xinjiang und das ist ein Konzept aus der Zhu-Dynastie vor 3000 Jahren. Also ganz verschiedene Menschen mit verschiedenen Kulturen zusammenzufügen. Ja. Das klingt wie eine Vision einer neuen Weltordnung. Ja, das ist tatsächlich ja auch, in China ist ja neues Geschichtsbewusstsein da und es ist ja auch ein neuer Rückgriff auf eben 5000 Jahre Kultur und einheitliche Nation und so weiter. Und insofern wird auch auf altes Gedankengut, altes Wissen zurückgegriffen. Das finde ich sehr sympathisch, also ein ganz umfassendes Geschichtsbewusstsein. Und wenn Sie mal gucken, was, ich springe sozusagen, einfach nur um Aspekte zu zeigen, was auf den Paketen der Lieferung nach Norditalien stand, als die ersten paar Millionen Masken hier rüber geschickt wurden, durch die Luftbrücke von China aus. Ja, da stand eben drauf, teilweise handgeschrieben, wir sind Kinder der gleichen Welt, wir leben unter einem Himmel, wir sind Menschen im gleichen Garten und so weiter. Das heißt also, und ich weiß das, ich habe selber von chinesischen Kolleginnen Masken geschickt bekommen, in der Zeit, als meine Frau anfing, die ersten Masken für uns im März selber zu nähen. Ja, schrieb die schnell, braucht ihr Masken? Sie sagten, naja, wir fangen jetzt an selber. Und zehn Tage später hatte ich da 200 Masken, professionelle FFP2-Masken. Und ich weiß von Städten, Städtepartnerschaften, ich weiß von Gewerkschaften, wo die Gewerkschaft da und da zur Gewerkschaft hier Nordrhein-Westfalen geschickt hat und so weiter. Also, da ist unterstanden auch, sagen wir mal, Che-Zitate drauf, ja, auf den Paketen. Diese Bilder gab es, die waren nur ganz schnell raus aus unseren Medien, weil das passt ja nicht in die Welt. Also, da ist was sehr herzergreifendes, was, wo ich inzwischen aus eigener Erfahrung weiß, dass die Chinesen so denken und fühlen, ja, dass die das ernst meinen, ja, und sie kennen eben auch, sie wissen, wer Che ist, und wer hilft Nicaragua und wer hilft Kuba momentan, ja, also China hat da 100 Millionen reingesteckt nach in Nicaragua, sorry, in Venezuela. Naja, und so, also, ja, sie können ganz anders umgehen, die Südostasiaten, glaube ich, insgesamt. Ich war auch in Taipei natürlich, ich habe Taiwan, taiwanesische Kollegen, die mich auch eingeladen haben, also ich kenne auch sozusagen diese Seite. Da ist ja interessant, dass die, dass die Guomindang, die zweite große Partei, die jetzt in der Opposition ist, in Taiwan, dass die ja die Annäherung und Vereinigung mit China wollen, jetzt, ja, während diese Sozialdemokraten, die sogenannten Sozialdemokraten, die da jetzt an der Regierung sind, die sind ja stark amerikaorientiert, USA orientiert und machen jetzt die ein bisschen mehr auf Konfrontation. Aber das ist ein anderes Thema. Aber sie, sie können mit Unterschiedlichkeit eben ganz anders umgehen, als wir inzwischen. Hier verrottet ja die Kultur ein bisschen, sie kriegen ja keine politische Diskussion mehr hin, wo es nicht sofort beinhart wird und aggressiv und in den USA kriegen sie sofort eine Drohung an den Hals und so weiter, ja. Und das ist eben sowohl in den Nachrichten wie in den Zeitungen, da kann man auch sozusagen in Ruhe sich hinsetzen, mal in der Hotellobby und eine Zeitung, einen Zeitungsartikel in Ruhe lesen, hat das Gefühl, ah Mensch, das sind gute Gedanken da drin. Und so entspannt und wohlwollend ist mir eigentlich jeder Chinese vorgekommen. Also jeden, den ich angesprochen habe und der drei Worte Englisch konnte, eine Interessiertheit und ein Wohlwollen und keinerlei Fremdenbefremdlichkeit, sage ich mal, oder schon gar nicht Rassismus. Also die sind mit ihren 56 Ethnien, die sie haben, davon 55 Minderheiten, leben sich so selbstverständlich. Wo ich immer sage, meine Güte, wäre ich mal froh, wenn wir mal wieder so weit wären. Aber der Imperialismus hat nichts mehr zu geben und kann eigentlich nur noch in seinem Niedergangskampf, muss gucken, dass er die Aggressionen noch gerade eben sozusagen im Griff hat. Bändigt. Bändigt, ja, ja, ja. Und wenn ich das als letzten Satz mal sagen darf, ich sehe eben zunehmend unsere Gesellschaften auch gespalten. Und zwar gespalten, Brückenschlag zurück zum Anfang, in Leute, die in China waren und die zurückkommen, Ingenieur, Techniker, auch mal ein normaler Arbeiter dazwischen, der fährt nun nicht Business Class. Ich fahre auch nicht immer Business Class, sitze ich auch schon mal neben einem Arbeiter und dann kommt man auch so ins Gespräch und so. Zwischen den Leuten, ja, und den Konzernen, auch unseren Konzernen, muss man ja auch sagen, die ohne China ja gar nicht mehr leben könnten, und sozusagen dieser transatlantischen neuen politischen Sammlungsbewegung, die offensichtlich beeindruckt sind. Ah, toll, der Trump, der zeigt den Chinesen mal oder so. Ja, ich weiß nicht, was für eine Art von Bewunderung da ist. Also diese Spaltung unserer Gesellschaft zwischen den Leuten, die es konkret erfahren haben und unseren Medien und vielen Politikern, die selber noch nie in China waren und das glauben es nun auf Biegeln, und Brechen, also Bashing machen zu müssen. Das ist eine Spaltung, das ist eine ganz klare Spaltung in unserer Gesellschaft. Ja, also diese Spaltung können wir überwinden, wenn wir dieses Buch lesen. Also mehr Wissen, Wohlwollen, ja, eine Gesellschaft, in der Wohlwollen herrscht, das wäre paradiesisch. Das wäre paradiesisch. Das herrscht hier nicht. Aber jeder kann, kann es irgendwie versuchen. Und ansonsten weise ich noch mal auf dieses andere Buch hin, was jetzt neu herauskommt. Die Zeitenwende. Die Zeitenwende, ja, China, USA und Europa nach Corona im Papyrossa Verlag im April. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, auch wenn wir jetzt hier nicht signieren können, die wir das gerne gemacht hätten. Aber vielleicht bei diesem neuen Buch, vielleicht geht es ja dann schon wieder in einer ganz normalen Veranstaltung. Und ich bedanke mich bei meinem Gesprächspartner. Ganz lieben Dank auch. Es war wunderbar. Also ich habe viel gelernt. Danke. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.